Der ungarische Premierminister Viktor Orban äußerte die Überzeugung, dass es unmöglich sei, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein NATO-Land angreift. Kein ernsthafter Mensch kann über Russland sagen, dass es die Absicht hat, die NATO anzugreifen, sagte er in einem Interview mit der deutschen Zeitung BILD, das am Montag veröffentlicht wurde. Ein Angriff auf die NATO ist völlig unmöglich, nicht nur für Russland, sondern für jeden auf der Welt, da sie die mächtigste militärische Gemeinschaft ist, sagte Orban. Seit dem Beginn der umfassenden Invasion in der Ukraine hat Putin mehrere, sowohl direkte als auch indirekte, Drohungen gegen die NATO ausgesprochen. Orban fügte hinzu, dass alle NATO-Länder hinter ihrem Bekenntnis zur kollektiven Sicherheit stehen, was bedeutet, dass ein Angriff auf einen NATO-Verbündeten ein Angriff auf alle ist. Die Russen haben eine andere Geschichte und Kultur, sie sehen Freiheit und nationale Souveränität anders als die Europäer, sagte Orban, der Putin letzte Woche in Moskau traf. Aber sie sind rational, sie sind hyperrational, fügte er hinzu. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA, die im November stattfinden werden, sagte Orban, dass er glaube, dass der derzeitige Präsident Joe Biden nicht wiedergewählt wird. Er lobte Bidens republikanischen Herausforderer Donald Trump. Er ist ein Geschäftsmann, ein Selfmademann, er hat eine andere Herangehensweise an alles. Und ich denke, das ist gut für die Weltpolitik, sagte Orban der Deutschen Zeitung. Vergessen wir nicht, dass er ein Mann des Friedens ist, behauptete Orban und fügte hinzu, dass Trump während seiner vierjährigen Amtszeit keinen einzigen Krieg begonnen hat. Orban war der einzige Premierminister eines EU-Landes, der offen seine Unterstützung für Trump bereits vor dessen Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 ausgesprochen hat.